Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ganz ganz heftig, also unser Gegner hier, muss ich mal wirklich so sagen, ist schon eine ganz andere Nummer. Ich glaube die kommen irgendwie aus C, also aus der Champions League, denn 5 Dreier haben wir hier noch nie kassiert. Aber die Angriffsstrategie, ich zeige natürlich jetzt unsere Basis, aber ich glaube das ist auch nicht so schlimm. Sie legen eh jetzt brach, man muss jetzt eh eine neue haben, aber alle Angriffe, ich glaube doch, es waren wirklich alle Angriffe, die gedreiert haben, hier waren Blimp-Angriffe. Ausschließlich Blimp, mit Drachen hinterher oder aber auch, obwohl ich glaube nur mit Drachen, es gab kein Blimp-Lalo. So, manchmal noch mit kleineren Problemen, aber ihr seht ja schon hier, wenn ihr die Blimp gut wirft mit den Magiern und mit den Bogenschützen, je nachdem wie wer was bestückt, dann geht hier schon eine ganze Menge aus der Mitte raus. Aber das ist jetzt noch 15 auf 15 hier, allerdings, hab da im Titel gesehen, gab es auch einen 14 auf 15 hier mit 3 Sternen, will ich gar nicht vorweg nehmen. Und das ist schon beeindruckend, finde ich, auf eine Max-Base ein Dreier zu fahren, aber auch exakt mit der gleichen Taktik. Also scheint sie immer noch wirklich unheimlich stark zu sein. Es gab auch den typischen Drachen-Spam-Angriff hier, also mit wirklich nur Loons und Drachen und Go und dann eine spätgeworfene Blimp. Also die Blimp dann einfach mit in den Pulk der Drachen und dann mit Richtung, in der Warden-Ability Richtung Rathaus am Fliegen lassen. Und kann man natürlich auch machen, scheinen mir im Moment auch sehr starke Strategien hier zu sein, was zumindest die Liga angeht. Und wer es dann kann, es gibt halt gewisse Leute, so wie mich auch, die können mit den Drachen gar nicht. Ich habe im Moment die großen Drachen in Ausbildung. Ich will ja gerade in meiner Legenden-Phase jetzt so mal jede dunkle Truppe nutzen und mal wieder ausprobieren und mal wieder checken. Aber ihr seht das schon hier, ist das schon recht dominant, muss man sagen. Die Queen noch full live da hinten, ne nicht full live, aber sie ist halt noch dabei und der King ist noch voll am Leben. Also ist schon echt eine dominante Geschichte hier und wir haben auch Blimp-Spieler unter uns. Allerdings werden das dann auch häufig sehr gute zwei Sterne und im wenigen Fall leider nur drei Sterne. Aber ich will den mal raussuchen, der nur die Blimp-Spieler, der nur die Drachen gespielt hat. Ich glaube, das war der hier, ne? Ich glaube, es war der. Ich glaube, das war der. Ja. Ah, ne, doch nicht. Warte. Komm mal nur zurück. Ich glaube, der war auch Vater. Ich glaube, der war auch Vater. War der auch Vater? Ja, der war auch Vater. Okay, das ist er. Das ist der richtige Angriff, Leute. Entschuldigung. Das ist der richtige Angriff und also auch so kann man es natürlich super, super machen. Drachen raus, Luns mit rein. Ein Drachenreiter und dann die spät geworfene Blimp. Hier Richtung Rathaus, noch voll in der Ability. Und ja, dann erledigen natürlich, wenn du dann die Unsichtbarkeit, Zauber etc. gut triffst, dann erledigen den Rest hier. Was heißt den Rest? Eigentlich auch eine knappe Sache, denn die Bomben lösen da zwar aus, aber das juckt die Bogenschützin gar nicht an der Stelle. Und die machen fröhlich weiter, beziehungsweise hier sind auch noch Magier mit da drin. Also eine Blimp mit Magiern und den Superbogenschützen. Also ich gucke mir die Angriffsstrategien immer gerne an und versuche sie zu kopieren, denn das sind ja auch bekannte Dörfer hier. Also auch der Gegner hat solche Dörfer hier teilweise. Und deswegen glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob man dann immer wechselt, wenn eine Base getreiert wird oder ob man sagt, ach komm, der nächste fällt dann wieder. Ist immer schwierig zu sagen. Ich habe zur Liga, zur Liga mal wieder gewechselt, meine Base. Und noch hält sie mit zwei Sternen, also sie ist noch nicht getreiert worden. Und solange wie die nicht getreiert wird, da kennt ihr mich auch, da behalte ich die erstmal spätestens, wenn sie dann ein paar Mal oder eigentlich einmal reicht, drei kassiert hat, dann wird es Zeit, dass man die Base wechselt. Denke ich mal, weil dann wird es, ja, wie soll man sagen, dann wird es zu schwer. Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man nur ein paar Fallen umstellt. Oder eine andere CC nimmt, also eine andere Clanburg oder andere Clanburg-Truppen, so muss man sagen. Was ich hier jetzt eben nicht verstanden habe, weil ich den Angriff ja schon mal gesehen habe, ist, warum hilft Digi hier bei der Mauer und geht nicht direkt hier auf die Clanburg. Wundert mich eigentlich, weil der kann ja eigentlich alles unterbuddeln. Braucht da nicht jetzt eigentlich auf die Mauer warten, dass sie auf ist jetzt. Weil jetzt geht er nämlich durch, jetzt geht er unter die Mauer durch. Aber okay, der unterstützt dann auch erst den Helden, ne. War ich eben so ein bisschen verwirrt. War ich eben wirklich so ein bisschen verwirrt. Aber okay. Ja, 14 auf 15 Leute. Die 15 ist bei denen ein 14er tatsächlich und Achilles kassiert drei, was sehr, sehr bitter ist, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht heulen, aber ich würde mir schon Gedanken machen. Ich würde mir dann schon Gedanken machen. Aber okay, wenn du ein guter 14er bist und so gut ist er noch gar nicht. Aber er hat halt die notwendigen Sachen alle maxed. Obwohl der King ja noch etliche Level geht. Der ist ja, da hat das 12 Niveau mal gerade so. Aber funktioniert ja, ne. Mann, Mann, Mann. Als ich das gesehen hatte heute Morgen, ich denke, oh, die 5-3 haben die uns reingeballert. Schwierig das aufzuholen. Zumal wir auch schon Angriffe verloren haben in dieser Woche wegen Nicht-Angriffspakt einiger Spielerinnen, Spieler hier, die da meinten, ich greife mal nicht an. Weil wir sind einfach zu gut und haben einfach so viele Prozente und so viele Sterne, dass man auch Angriffe aussetzen kann. Damit wir nicht, dass wir zu viele Sterne machen hier und womöglich noch aufsteigen. Das wäre es auch noch. Aber der Aufstieg ist jetzt, glaube ich, nicht mehr zu holen. Was nicht schlimm ist. Ja, ist nicht schlimm. Wir spielen ja jetzt unsere zweite Saison hier in Meister 2, glaube ich. Und die erste Saison haben wir noch mit 14ern gespielt. Jetzt sind wir auch in die Rathaus 15ern. Könnte man natürlich meinen, ja, da geht ein bisschen mehr. Geht es auch, Leute. Gar keine Frage. Nur, wenn man was versäumt. Ich habe da tatsächlich, bin ich recht entspannt geblieben. Eigentlich rastig bei solchen Sachen auch immer gerne mal aus. Aber ich bin da ganz entspannt bei geblieben. Die Leute haben sich entschuldigt. Mein Gott, es ist nur ein Spiel und es sind nur Menschen. Und Menschen machen nun mal Fehler und keine Angriffe in Clash of Clans. Okay, ich kann immer noch lachen. Dann ist es noch nicht schlimm genug, Leute. Solange ich noch lachen kann, ist es noch nicht schlimm genug. Aber trotzdem ist es ein bisschen ärgerlich. Naja, was will ich so machen. Ich mache meine Angriffe immer abends schon. Also auch in den anderen Clans. Aber wir waren ja gestern, nee, vorgestern, waren wir beim Clan Totus Bande. Und sind heute bei den Herausforderungen gelandet. Aber soll auf jeden Fall eine kurze Update-Folge für euch auf jeden Fall sein. Damit ihr so ein bisschen wisst, aha, okay, die Herausforderer halten sich in Meister 2 sicherlich. Ja, mit den Siegen, die wir schon errungen haben, halten wir uns sicherlich in Meister 2. Ich glaube nicht, dass wir hier absteigen. Dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber Aufstieg, glaube ich, ist nicht mehr zu holen. Die CoC-Lovers sind im Moment Erster hier. Und die 5-3er, die werden wir hier nicht aufholen. Das ist einfach mal so. So starke Spieler sind wir dann doch nicht. Aber, wie gesagt, die eine Niederlage hier, die war sehr unnötig. Weil man hat uns gar nicht wirklich geschlagen. Wir haben uns selber wieder geschlagen. Ihr seht es 13 von 15. Und der Gegner hat 15 von 15. Und wir waren sogar Sterne gleich. Das ist das, was einen dann eigentlich ärgert. Wenn wir den jetzt gewonnen hätten, hätte ich gesagt, naja, komm, Schwamm drüber haben wir ja gewonnen. Aber nein, wir haben den knapp nach Prozenten dann verloren. Und das ist dann das Ärgerliche, finde ich. Ja, das ärgert einen dann im Nachhinein. Aber du kannst halt die Angriffe auch nicht mehr nachholen. Aber ich denke mal, wir halten uns hier noch ganz gut. Wir sind dritter bis eben, aber noch zweiter. Ja, wir müssen halt auch ein bisschen angreifen. Und die CBC-Lover, ich glaube, die sind schon fast nicht mehr aufzuholen. Auch da müssen die einen wirklich schlechten Tag erwischt haben. Im Moment haben sie halt einen sehr starken Tag. Ja, 14 auf 15 wollte ich auf jeden Fall festhalten. Drei Angriffe haben wir gesehen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich im Moment so ultra wenig Zeit habe, überhaupt mich mal in Ruhe hinzusetzen und so ein bisschen was für euch zu zeigen. Legende sieht eigentlich ganz gut aus. Habe heute schon eine DEV gehabt, eine schöne 1-Sterner-DEV. Und gestern bin ich mal mit plus 41 nach Hause gegangen, weil ich doch noch alle Angriffe nach dem Livestream gemacht habe. Da hatte ich, glaube ich, noch vier offen oder so. Ich habe die alle noch gemacht. Und weil ich wollte auf jeden Fall positiv rausgehen, denn der Tag davor, da hat man mir minus 96 reingeballert oder so. Da war ich ultra schlecht. Und auch gestern ging das eigentlich genauso weiter, wie ich es mir gedacht habe. Mit den E-Titanen hole ich in der Regel zwei Sterne, wenn nicht sogar auch mal drei. Ihr seht, da habe ich einen dazwischen mit 32 Pokalen. 99 Prozent. Man könnte meinen, das ist ein Time-Fail. Aber die 1-Sterner ist dann immer meine zweite Armee. Obwohl, gestern Abend mit Drachen habe ich auch mal einen 2-Sterner geholt. Aber gerade diese Superdrachen hier, ich bin ganz ehrlich, die kann ich nicht wirklich spielen. Aber deswegen mache ich das ja. Musste jetzt allerdings noch einen Tag, fünf Stunden haben. Und dann weiß ich auch noch nicht, welche Truppe ich dann nehme. Ob ich mal wieder die Superhexen nehme oder doch mal die Inferno-Drachen, die ich noch nie genommen habe. Die habe ich noch nie genommen, außer als sie ins Spiel kam, kurz mal angetestet. Aber die habe ich wirklich noch nie genommen. Alle anderen Truppen, auch den Rocket-Balloon, habe ich glaube ich noch nie genommen. Und die Riesen erst recht nicht. Die Barbaren noch viel weniger. Weil da fehlt mir einfach so ein bisschen der Gehirnschmalz. Was kann ich da mit diesen Truppen Sinnvolles anfangen? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Hab da ein bisschen was zu tun. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also Rathaus 14 auf Rathaus 15 funktioniert durchaus in Meister 2. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da abonnieren. Nicht vergessen, noch mal auf dem Kanal dranbleiben. Und ich sage dann danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto. Klascht. 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 Klasch. Klasăn-Klas. Klascht. Untertitelung des ZDF, 2020